Alter, das ist wohl Knochenlager. Nee, aber hier waren wir noch nicht. Hier liegt noch ein Snickers rum, falls du noch welche brauchst. Oh ja, das ist ja. Hier liegt eine Hand rum. Leute, hier ist einfach Ende. Ach Leute. Ja. Gut, dass wir da irgendwie runtergeworfen haben. Ja, Safety first. Echt, genau. Die haben echt sauviele Bomben. Ja, ich hab keine Bomben mehr, aber ich hab keine Uhren mehr. Ich hab alle davor auf den Arsch geworfen. Auf die Babys. Alkohol und Leitplatten findest du eh genug, aber Uhren findest du extrem selten. Das stimmt, ja. Schau mal in die Richtung, wo du gemeint hast du jetzt warst. Genau. Aber da kombiniere ich doch kurz nochmal Alkohol und so weiter. Weiter Plotte und... Ich hab fast kein Alk mehr, ich hab schon wieder Alk. Du weißt, ich hab kein Alk mehr und da liegt einfach Alk rum. Blätter? Baumhaus. Was willst du bauen? Eine Bombe. Äh, Platten, Alkohol, Uhren und Münzen. Münzen. Die liegt noch irgendwas rum, was man einsammeln kann. Irgend so ein Treffpapier und eine nackt Tasche mit Blätter drin. Du zeigst die scheiß Taschenlaube in dem Priest. Danke. Kommen sie mal zu mir? Ich weiß nicht, wie viele Bomben ich schon wieder bauen konnte. Das ist glaube ich fünf Stück tragen oder so. Oh ja. Läuft. Ich hab leider keine Uhren mehr. Na, wenn ich wieder welche finde, dann kann ich die gleich aufheben. Ja, hier geht's raus. Hier ist der Ausgang. Oh. Zettel? Brief? Oder was? Ein Stück halt. Manuel. Moment. Da muss ich mir die Zeit aufschreiben. Weil das war ja mal... Also das war der Jumpsquare. Der war ja jetzt mal legendär. Der war nicht mal geplant. Ich denk mir nur so, ich schau mal wo du bleibst. Ja, aber da... Hält der mir einfach seinen Knochen, seinen Totenschädel in die Fresse? Alter, ich glaub ich freck hier. Du freckst nicht hier. Keil. Hier ist der Forest Man. Niemand kommt hier lebend raus. Ja. Aber ich hab jetzt schon seit 20 Jahren probiert. Warum glaubst du dich aus wie ein Hipster? Genau, wie ich die Kleidung von den Leuten, die den Koffer hier liegen, wie was sie haben, verwendet. Ich brauch Alkohol. Ich brauch Alkohol. Da ist Alkohol. Ich kann kein Alk mehr tragen. Leute! Ja, da bräuchst du halt Uhren. Ich find den Mund richtig nice, wenn der so über dem Wasser steht. Moldetov. 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 Alkohol. Münzen. Münzen. Fedex. Lötterblotten. Alkohol. Crazy. Alkohol. Kann ich mir tragen. Nein. Ein paar Moldetov-Cocktails. Sehstern. Moldetov. Moldetov. Alkohol. So, Moldies. Alkohol und Stopp. Münzen. Jawohl, Münzen nimm hier. Nicht schon wieder Münzen. Alter, wie viel kann man denn ertragen von den Moldies? Keine Ahnung. Gibt es fünf oder acht oder so? Crazy. Alkohol und Stern. Leute, da ist unser Floß. Manu. Da ist unser Floß. Ja, das haben wir ja abgestellt. Hm. Kann nicht mehr tragen. Dann machen wir noch Moldies. Gib da noch einer? Ja, Moldies ist echt bonn bis zum Abwinken. Weil die fetten Viecher, die schlucken eh so viel davon. Hohoho. Nice. Voll. Ah, jetzt kann ich kein mehr tragen. Gut. Dann machen wir noch kurz ein Alkohol. Das Alkohol-Lager voll. Das ist ein Ständer. Ja. Das ist ein Ständer. Das hat Ständer gesagt. Das heißt. Das heißt. Christian wird jetzt mal kurz wieder mal auf die Karte schauen, die er sich angefertigt hat, die überhaupt nicht hilft. Aber ich glaube, wir haben den einen Teil noch im Schneegebiet liegen gelassen. Weil du gemeint hast, wir waren da noch nicht wirklich. Ja. Das heißt, wir werden da demnächst nochmal hingehen. Mit demnächst meine ich jetzt. Dann, sobald das Feld wieder hell ist. Genau. Dann können wir so vielleicht ein bisschen noch jagen gegen. Wegen Rüstung. Echt mal. Okay. So. Alkohol wäre jetzt noch schön, wenn ich mein Alkohol-Lager voll habe. Da war eine Feder. Okay. Schauen wir mal kurz nochmal zu den Containern nach hinten. Und dann würde ich sagen. Keine Ahnung. Was würdest du sagen? Ähm. Wir würden uns einfach auf den nächsten, ähm. Ja, auf den nächsten Punkt einfach hingehen. Und auf dem Weg würde ich einfach jagen. In der Nacht. Naja. Es sollte eigentlich dann schon Tage werden. Aber wie ist es denn jetzt überhaupt? Mond sehe ich im Moment gar keinen. Wenn wir da wieder so eine kleine Putze machen. Das hat ja das letzte Mal schon funktioniert. Aber da brauchen wir Baumstämme dazu. Ja komm, dann fallen wir zwei Bäume. Und mal kurz eine Hütte. Dann ist es wieder Tag. Easy. Was meinst du? Es gibt ja auch, was ich gesehen habe. Einen Schrittzeiler. Aber. Einen Schrittzeiler. Ja, es gibt echt einen Schrittzeiler. Ich finde es halt geil, wie sie den benannt haben. Irgendwas Englisches? Nein, Pedometer. Alles klar. Entschuldigung, ich wollte Sie nochmal kurz fragen, ja. Haben Sie eine Genehmigung, dass Sie den Bonk entfällen dürfen? Oh. Ähm. Hallo, Herr Polizist. Entschuldigung. Sie könnten vielleicht erst einmal kurz warten, bis ich meine Dokumente rausgepackt habe? Ne, Strafzettel ist schon ausgefüllt. Hier bitte, tschüss. Wieso behandeln Sie so einen Zivilisten? Alter, ich will das beste Kopie da machen. Ja, einfach mal erst einmal schießen. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ja, okay. Wollen Sie Führerschein oder Fahrzeugpapiere? Nein, Sie kriegen gerade den Strafzettel. Warum? Sie haben mir nicht Fahrzeugpapiere nicht gezeigt. Tschüss. Wenn Sie als Fahrer fragen, wenn Sie wahrscheinlich einen Personalausweis oder Führerschein und Fahrzeugpapiere, oder? Und dann der Polizist, auf den Boden! Sofort auf den Boden! Nein! Nein! Also, ich war jetzt mit der ganz ruhige Kopf zu gesehn. Ja, okay, meine Verkehrskontrolle. Wir haben Sie da vorher mit einer Radar-Falle erfasst, dass ein bisschen zu schnell dran waren. Und dann versuchen die meisten halt irgendeine Erklärung rauszupacken. Und ich so, Sie brauchen sich gar nicht zu erklären. Hier, bitte Strafzettel, Bitch! Ich brauche mal das Buch, oder hast du schon? Oh, ja. Nice. Gigi. Da haben wir bloß irgendwas, dass halt irgendwas steht. Einen Baumstamm brauchen wir noch. Willst wir noch einen füllen? Ja, anscheinend. Nein, da liegt noch einer. Okay. Das machen wir aber mal eine andere Farbe, weil ich sonst... Ich weiß nicht, ob wir die dann einfach wieder abreißen danach. Ja, oder so. Ich kann mir anmachen. Ja, so die... Die haben wir am Tag nochmal sparen. Aber ich glaube, mit dieser kommen wir immer ganz gut durch die Nacht. Ja, wunderbar. So, Speichern. Und dann kommen die eigentlich weg. Oh, oh, warum schon? So, jetzt brauche ich definitiv was zu essen. Erstens, Nikos. Oh. Und mit Soda. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in Richtung Schneegebiet, oder? Genau. Ja, dann können wir so ein bisschen noch jagen. Rüstung. So, irgendwelche Lissarts oder Reh finden. Naja, Hexen oder Reh. Nehmen wir die ja alle mit. Ja, es gibt einen Punkt noch im Schneegebiet. Aber wo der letzte ist, ich habe keine Ahnung, Alter. Aber wir müssen dann, bevor wir in die nächste Höhle gehen, wieder zurück. Und wenn wir eine Höhlen-Expedition machen, brauchen wir definitiv essen. Zwei sind toll verdient. Und das liegt dann ja. Sprekt mich auch. Und da sagt der, der muss ich jetzt entfernen. Ja, das ist schlecht. Aha, ich höre noch. Oh, ich habe hier. Oh, ich habe ja auch gehört. Jetzt ist es vorbei der Spektakel. Schade, klappt das wieder weg. Naja. Okay, vielleicht das nächste Mal. Ist hier die große Grabe? Nein, hier ist Patrick! Ich bin auch keine große Grabe. Patrick, so heißt der Laden hier. Oh man. So. Hello my friends. Hallo Lizard. Fuck, das Glück. Darf es noch eine Runde leben. Ah, der Junge hier ist schon wieder in der Höhle. Waren wir in der Höhle schon mal drin? Ähm... Ich frage jetzt bloß, welche Höhle? Jeder, wo ich gerade stehe. Da ist so ein Dorf mit Zelten und da ist einfach ein Loch. Alter, wie weit bist du schon gelaufen? Ich bin ein bisschen warte gelaufen. Oh shit. Vor allem weißt du, ich habe mir den Urplan gemacht. Und ich gehe da hin und da hin und da hin. Und wir machen jetzt komplett was anderes. Aber wir kommen voran. Wir kommen voran. Aber hier waren wir, glaube ich, schon drin. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir da nicht mehr weitergekommen sind. Alter, ich gehe da jetzt mal rein und schicke das mal ab. Ich nehme es in die Hand. Ich wünsche mir Glück. Ja. Wo ist denn der hin? Abgehoben. Ja, das war das, wo wir so weit nach unten mussten. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir da weitergekommen sind. Komm jetzt wieder auf. Oh, du licht. Taschenabild ausrüsten. U. Weißt du mal ein. Ja. Das war ein Brandpfeil, ein einziger Brandpfeil. Ich frott euch aus. Hey, lol. Geil. Also, wie brennen die? Die brennen ja komplett weg. Ja. Wie macht man die? Da war noch ein dritter, aber der hat sich nicht erwischt. Gebe ich jetzt aufs Mal. Keiner darf überleben. Wie sind die neuen Heer der Insel? Oh ja. Schau, der hat sich komische Kreuze auf seinem Körper. Die, was wir vorhin an der Wand gesehen haben. Holy moly, crazy. Ah, warte, ich bin wieder covered in blood. Covered in blood. Alles klar, dann wird ein Schneegebiet. Lassen wir die neuen coolen Schildgürten. Ich mach kurz wie viel brandpfeilig. Wow, ich hab noch ein Brandpfeil. Dann machst du die mit Alkohol? Ja, Pfeile, Alkohol und Stoff. Okay, das wär ja auch nicht verkehrt. Okay, das wär ja auch nicht verkehrt. Alkohol, Inchiladas und Krabben. Pssst, der schläft. Ui. Ich glaub, der schläft sogar wirklich. In dem großen Zeh, Alter. Hehehe. So, ich würd sagen, da hab ich nächste Höhle ran. Die haben aber auch schon hier markiert. Ja, ja, ich hab alle Höhlen markiert. Das war das komische Leichenhaus, glaub ich. Da hängen auch überall Uhren dran. Hier nehm ich mir mal mit. Ach so, aber hier können wir jetzt so tauchen. Hehehe. Eben. Ja, erstmal Licht hier. Licht ins Dunkle. Ah. Ich kann schon wieder keine Uhren tragen mehr. Fuckin, ja. Können wir wieder von unten bauen. Langgewicht. Waren wir da unten schon? Boah, ich hatte noch eine Leiterflotte. Leute. Ich könnte noch ein paar geben, wenn du welche brauchst. Geh, einfach wieder zum Containerlager. Da sind da wieder extra Mülle. Haben wir da schon alles durchsucht? Ja, ich glaub, da gab's bestimmt auch irgendwas zum Tauchen noch. Gar nicht mehr vorstellen. Ja, hier war die komische Wand und da ist wieder Wasser. Ja, da war die Doppelwand. Ja, da waren wir definitiv schon. Ja, die Frage ist bloß, ob's irgendwie noch weiter geht. Mit Wasser oder so. Oh, das war das. Ja, das war das. Okay, da müssen wir auf jeden Fall jetzt runter. Weil da unten war einfach ein See. Hm, aber ich weiß nicht mehr, warum wir damals umgedreht sind. Weil wir da noch nicht tauchen konnten. Hm, ich glaub ja, wir hatten ein anderes Problem. Nein! Vergiss das! Ich weiß mal, warum wir da nicht runter konnten. Ah! Kleiderhaken. Ach so. Ich kann dich nicht mehr erinnern, da ganz unten musstest du dann über eine Wand drüber. Aber ich glaub, wir können da unten jetzt ins Wasser. Also ins Wasser, ja. Oh, Snacks. Essen, essen, essen. Oh, und hier werden die Taschenlampe. Hehehe. Ich hab grad irgendwas im Hintergrund gehört. Ich weiß nicht, was genau war. Also ich angehört den Spieler hab ich gleich mal die Spieler in die Spielerliste aufgerufen. Das steht noch wie jetzt weiter drin. Ach so, wie gegen ein Funkgerät. Ob da jemand uns anfunkt. Ja, ich weiß. Ja, ich kann sich erinnern, da ist die Wand, wo du dich festst. Wenn wir noch nicht haben. Ach so. Und dann kommen wir erst unten hier rein. Der hat's. Dann wieder nach oben. Ja, okay. Scheiße. Welche Höhle war das jetzt mit dem Scheißglett Daken, wenn wir den Lachen haben. Da war die Kettensäge. Da war das Kartana. Ja, Kettensäge und Kartana hört sich doch auch nicht schlecht an. Ja, Kettensäge ist weit in der Höhle. Ach so. Also das war der Weeper. Oh. Ich glaube ich habe die falsche Öle markiert. Okay. Erstmal raus. Alright. Gut. Ich bekomme noch das Zu-Zone. Ich würde sagen, wie später haben wir es. Relativmäßig. Ich habe keine Uhr im Moment da. Warte mal. 21 wird 33. Okay. Da geht noch ein bisschen was. Du hast hast, ich war es nicht los. Du hast. Du hast. Du hast, du hast. Du bist. Du hast. Du hast. Du hast. Du hast. Vielen Dank.